Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Subnautica. Heute werden wir mal sterben. Aber vielleicht hätte ich die Energie erst aufladen sollen. Na komm, kümmern wir uns erstmal um die Energie. Weil aufladen muss ich die ja eigentlich gar nicht, ne? Ich nehme hier einfach raus. Zack. Zack, pack die hier einfach rein. Zack, pack den hier rein. Oh, ich hätte was essen sollen. Ich trau mich nicht. Komm, essen wir erstmal was. Okay, auf geht's, komm. Wir müssen es auch mal wagen. Habe ich irgendwas dabei? Vielleicht muss ich doch mit dem, mit Bertha. Am Seedrachen hier oben vorbei. Wer weiß. Wir werden sehen. Vielleicht finde ich ja nochmal so ein Loch. So kommst du so tief, das gefällt mir nicht. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ach, guck mal, hier ist er auch ziemlich heiß. Ist hier irgendwo ein Gebäude. Okay. Aber wir können uns hier am Seedrachen vorbeischmuggeln. Und überall wo Kyanides waren wir halt noch nicht. Jetzt beruhigen wir uns erstmal, lieber Seedrache. Dann ist alles gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen an ihm vorbei. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo ein Konstrukt finden. Wo wir es auch hinschaffen können. Aber guck mal, da liegt eine Kackbratze. Orientierungspunkt erkannt. Wir kamen von da, ne? Das heißt, da hinten könnte noch irgendwas sein. Okay, ich schwimme jetzt mal bei der Kackbratze rechts. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Es würde reichen, wenn ich irgendein Gebilde sehe oder so. Ich habe jetzt auch ziemlich viel Zeit mit, äh, mit der Kunden, äh, verbracht. Scheiße, hier ist nichts. Miest, miest, miest. Ich könnte rein theoretisch bei Bertha noch ein Sauerstoffding ins Kirchens bauen, oder? Und dann immer mit zweien los. Okay, an der Kackbratze vorbei. Die tun mir sowieso nichts, wenn ich hier allein unterwegs bin, ne? Wir können nichts. Wir können nichts! Ich vermute mal, der Seedrache wird irgendein Konstrukt bewachen. Ja, ich weiß. Ich weiß doch, ich weiß doch. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Aber wir werden es nicht mehr rausfinden. Vielleicht ist hier der Tod. Vielleicht aber auch nicht. Tschüss! Okay, ich versuche es nochmal. Ich will halt Bertha nicht aufs Spiel setzen. Warum ist das jetzt hier so dunkel geworden? Ich bin jetzt woanders. Nicht woanders? Oh, dann gehst du wenigstens voll aufgeladen. Nicht jetzt woanders? Was? Haben die mich woanders hingeportet? Nicht euer Ernst, oder? Wo bin ich? Ach doch, ich bin immer noch hier. Ja, die Farbe war nur weg. Okay. Ich will jetzt Sauerstoff holen. Und dann los geht's. Oh nein, lass meine Bertha in Ruhe. Vielleicht sollten wir Bertha da doch wegbringen. Tschüss. Ich habe ein bisschen Angst jetzt Sauerstoff zu holen. Oder mich in Bertha reinzusetzen. Na komm, iss mich. Aber lass Bertha in Ruhe. Lass Bertha in Ruhe! Ich warne dich nur einmal. Lass Bertha in Ruhe. Lass Bertha in Ruhe. Er flüchtet. Flüchte, du Sack! Ich muss Bertha woanders positionieren. Ich will dich scannen, Mann! Komm! Komm, halt her! Okay, erstmal weglocken und dann können wir Bertha immer noch umpositionieren. Na komm, 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 kleiner Ja Aber jetzt töte ich dich Lauf doch nicht weg, Mann Was bist du denn für den Lappen? Hast Angst vor einem kleinen Spieler? Sehr lächerlich ist das Okay, er hat mich gefordert Okay, bringen wir Bärter hier weg Wir müssen sie ja nur in diesem Loch positionieren, alles gut Schnell, bevor er wieder kommt Er kommt ziemlich nah an Bärter ran, wenn er will Riecht für Silber, running Ist da das Loch? Nein Wo ist dieses dämliche Loch? Alter 4, wenn die kaputt geht Ich finde das dämliche Loch nicht So schon wieder Bärter 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 Okay, da ist es. Ingo werden wir da gleich wegholen. Hauptsache weg vom Seedrachen. So, soll ich es wagen mit Bertha? Ich weiß ja nicht. Ich will es nochmal so versuchen. Ich will nochmal so wuss versuchen, irgendwas zu erreichen. Mistviecher. Verschwunden. Na gut, kurz nochmal check machen. Gucken, ob da irgendwo noch ein Ingo dranhängt. So, ach Ingo ist befreundet. Oh, überall ist Ingo. Oh, kein Ingo mehr, ne? Perfekt. Nochmal kurz gucken. Sicherheitshalber nicht, dass ich wiederkomme, dann habe ich keinen Strom mehr. Das wäre ein bisschen ungünstig. Okay, kein Ingo mehr. Okay. Gut. Versuchen wir uns nochmal so durchzuschlagen. Er ist auch genau hier vorne, ne? So elendig. Ich könnte es auch mit Herbert versuchen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Was haben wir denn da? Hallo? Die Volkanische Röcke, die in dieser Umgebung geformt wurde, kann zwischen 800 und 3000 Jahren geliefert werden. Euch geht's gut, ja. Thermische Aktivität der Volk freigeschaltet. Das ist das Wärmekraftwerk. Okay, war gut, gefunden. Was war das? Muss ich hier mit Herbert her? Ja. Irgendwas läuft hier metallisch rum. Ionenwürfel einsetzen. Ah, ich muss hier mit Herbert her. Aber ich schau mich erstmal um. Gefahren ausspielen. Nicht, dass hier irgendwas ist, was Herbert umbringt. Integrating new PDA-Data. Lila Tafel. Okay. Lila Tafel können wir bauen. Und wir haben jetzt einen Ionenwürfel, um den da oben einzusetzen. Falls wir ohne Herbert her wahrscheinlich herkommen, wa? Ein Teleporter. Oh, ich kann nach Hause. Oh, ich kann nach Hause. Wie cool ist das denn? Wie lange dauert das? Muss ich vielleicht rausgehen? Wo bin ich jetzt? Ich bin auf jeden Fall oben. Ja. Oh, ich komme wieder zurück. Ich weiß, wo wir sind. Okay, das ist natürlich gut. Jetzt können wir tatsächlich auch, ähm, Bertha verlieren. Jetzt ist egal. Ich meine, ich müsste dann quasi zu Fuß da hinschwimmen. Zu Fuß. Zu Hand hinschwimmen. Aber egal. Und hier war das Viech, was mich gebissen hat, ne? Ja, gut zu wissen. Okay, gehen wir zurück. Wir müssen halt nur diese Insel das nächste Mal dann wiederfinden. Und wenn ich jetzt Richtung Basis gucke. Südwesten. Das heißt... Nordosten. Okay. Richtung Nordosten von unserer Basis aus. So finden wir hierher. Das ist ja praktisch. Wieso hat der Teleporter nicht vorher schon funktioniert? Aber egal. Ich denke mal, wir werden das schon schaffen. Ohne nochmal hochkommen zu müssen. Teleporter. Wo warst du? Ähm, Teleporter. Bin hier hochgelaufen, ne? Okay. Ne, sicherheitshalber mal hier hinter gucken. Oh. Oh. Okay, ich bin glücklich. Ah. Nicht den ganzen Scheiß Weg nochmal runter. Haben wir uns auch umsonst vorbereitet, wa? Na gut. Das Tiefenmodul haben wir gebraucht. Aber ansonsten. Aber ansonsten. Noch eine Lidertafel. Fremde Roboter. Fremde Roboter. Lässt du mich in Ruhe? Wird nicht in Ordnung. Und ein Ausgang. Also gut, dann müssen wir jetzt zurück und zwei lila Tafeln bauen. Die blaue Karte. Okay. Wieso sind die so weit unten? Kann ich erstmal den Ausgang finden. Ja. Orientierung schlägt wieder zu. Ach, da. Okay, weiter Kackpratze. Ich hoffe, ich finde das wieder... Hätte ich Bojen, Freunde. Wäre das alles kein Problem. Habe ich aber nicht. Oh, du Rötze. Okay. Ich muss definitiv mit Helberta hin. Ich muss die Ionenwürfel einsammeln. Ich habe natürlich keine Ionenwürfel hier. Habe ich hier irgendwo noch Platz. Zu viel gesammelt. Okay. Wieso ist Licht an? Ich muss Energie sparen. Das kenne ich dann. Das wirkt nur so. Okay. Oh. Was ist hier los? Sag bloß, da ist irgendwo ein Ingo und zapft mich an. Dreckigen. Lass mich in Ruhe, Ingo. Wo ist der andere? Okay. All systems online. Okay. Ach, da. Was ist das? Irgendwas hier macht an meinem Bildchen ein Geräusch. Und ich glaube, das ist auch die Energie, die verschwendet wird. Oder ist es das? 41%. Na gut, jetzt lade ich wenigstens wieder auf. Nein, ich glaube, das war der Energiesparmodus. Nicht der Energiesparmodus, aber jetzt schon. Okay. Sofern ich jetzt wieder Energie bekomme, ist alles in Ordnung. Ja, ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Wenn die Typen wieder kommen, ist alles vorbei. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war es. Heute Morgen werden wir uns mit Herbert mal da aufmachen, da hinzugehen. Um die Ionenwürfel zu holen. Und dann müssen wir zwei lila Dinger bauen, ne? Zwei Stück. Äh. Das hier? Da, violette Tafel. Das kriegen wir alles hin. Das ist gar kein Problem. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht... Ich werde jetzt mal kurz nach Hause schwimmen. Will ich das machen? Da könnte ich nämlich auch Ionenwürfler herholen. Ach, wir gehen da mit Herbert hin morgen. Haut rein, euer Serot Schuss. Ich weiß nicht mal, ob ich Ionenwürfel zu Hause habe. Ich weiß nicht mal, ob ich das mache. Ich weiß nicht mal. Dann würde ich das machen.